Hallihallo Hallöchen, merkwürdig schon das dritte Mal heute, dass ich ein All-Random-Team-Deathmatch habe und das habe ich seit Wochen nicht. Oh, shit. Okay. Okay, Tusk, ähm. So, kann ich die Schuhe noch? Na, da. Oh, den Stick hätte ich mir auch holen können, aber das muss ja jemand anders einsetzen, deswegen ist das immer ein bisschen... Alter, der war da auf der Safe-Lane, ne? Hatte uns ja gar nicht schön... Das letzte Spiel hatte mich einer Tusk ja gar nicht schön auf der Safe-Lane fertig gemacht. Tja. Tja. Prepare for battle. Got it. Hm. Oh, nöt. Der Nord kommt mit mir. Ha 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 Okay Yeah sure Yes? The battle begins Hm Man sollte sich vorher das Buch lesen Da gibt's ne Erklärung früher The first hit is free Anyone? You betcha Sehr mana lastiger Charakter Hätte ich was mit Mana kaufen sollen Mhm 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 Das hab ich schon mal Alle Und Stun Nee Stunt ja gar nicht richtig Ist der Stunt das nicht richtig? Hä? Betäubungsdauer 0,5 Ah shit okay Was wollte ich da rein mit meiner Pugel? Ich müsste das eher aus dem Unterhalt machen Ich hab keine Habe Ich hab keine Flaschen Hm Du betcha Das wird die Temperatur Oh nein 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 Nicht aus Ja Ja Okay Mhm 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 Ablenkung pur Mhm Das ist cool Damit kann ich die richtig Nerven Das Problem ist jetzt eben Ich müsste mal gucken Ja Bewegungsgeschwindigkeit wäre eigentlich immer ganz nett Ähm Ich lege es jetzt nicht unbedingt drauf an zu sterben Ähm Ähm Wenn es so weit ist, dass ich äh äh sterben kann Dann Dann Warum nicht Gut gesagt Warum nicht Hm Ich hab definitiv nicht genug Mana dafür Radio 600, okay, es ist kein großer Radio Das war nicht schlecht So, ich sollte vielleicht Ich hätte nicht den Walter abfressen sollen mit meiner Kugel Hätte ich definitiv nicht machen sollen Was hat er nicht mal alles zu tun? Hä? Soll er mal schön da unten bleiben Na gut, müssen wir mal haben Irgendwie hier Mana Was ist so schwer gerade? Wenn man sich das nicht richtig aufteilt Ich mein, ich hab Tosk hier oft gespielt Einmal Ich kann auch hier bleiben Ich sollte auch noch hier bleiben Vorsichtig aber hier bleiben Hat zwar nicht viel gebraucht Na, außer die sind zu nerven Aber das ist ja wohl die Hauptsache hier Was haben wir grad nicht wirklich gegenhalten können Kein, weil der auch nichts macht im Moment Oh shit Ja Ich hab' das Ich hab' das Ich hab' das Ich hab' das Was ist das denn? Falsche Tastik Okay Falsche Tastik Auch ne Möglichkeit Man wächst eigentlich dieser Wald nach Ach Okay Ah shit Ah Okay Ich muss irgendwie Ich weiß nicht Ich mein, er ist auch ein Level 4 Aber Wenn Was ist denn Ich hab' mich nicht in Ordnung Ja, nicht in Ordnung Okay Er hat mich getroffen Ah Zumindest ein Problem Berge ist. Ja, auch wenn das nicht der direkte Weg ist. Na, nichts. Sehr da schon. Schöne Sache. Hänge ich das irgendwie mal hinten dran? Dauer. Dauert 30 Sekunden? Tatsächlich? Hätte ich jetzt nicht unbedingt. Ist aber bei den anderen okay. Ach, jetzt fängt das wieder an. Ich seh doch gar nicht, wer da noch am Leben ist, aber wenn nicht, sieht man das einfach... Okay, irgendwas ist hier schiefgelaufen. Das könnte ich mal dem Support schreiben. Denke ich doch mal. Ja, muss ich mal sagen. Irgendwie... Hauptsache, ich habe irgendwas. Was ist denn das hier? Alla Tribute plus eins. Gut, kann man mit leben. Das ist jetzt nicht so. Hm. Hauptsache, ich sterbe nicht. Ja, aber da bin ich mir immer noch nie so sicher. Das wäre so. Boah. Okay. Das war jetzt ein bisschen doof. Ähm. Ich habe nicht wirklich viel gebraucht, ne? Gut, dass wir da an dem Ward stehen haben. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Okay, Tiny. Ich hätte jetzt gesagt, ich stun jemanden, aber dann... Mh, 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 mh. Angriff von so. Ähm. Das riecht zwar gerade... Recht schön nach Essen, allerdings... Ja? Trend Protector. Let's just see what you might. Alli-hop. Hm. Ah, shit, das war, was war, na, oh, das ist unser, stimmt, hä? War das denn, ah, shit, das war eine Kopie von denen. Oh, shit, oh, shit. So. Ich weiß nicht, wie man da reinhüpfeln kann. Oh, shit. Scheiße, noch nicht, okay. Okay. Earth, ähm. Passiv, schön. Ähm. Gut, kann man so machen, habe ich kein Problem mit. Earth ist okay. Okay. So. Hit him, hit him. Sehr schön. Mist, wir haben weniger Tode als die anderen. Oh, yes. Ich muss unbedingt hierher. Hat er jetzt den eingesetzt? Ja, 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 ist ja gut. Komm schon. Das kann nicht sein. Was ist halt und koeіказme. Ich habe sich deutlich mehr材 von dir. Sexualgeräusch, deine Kapiien zug kes到了! Shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Hm. your middle tower is under attack moving ah shit there's no okay onward let's shift things out oh damn it someone else can't do it in a moment shake down enchant hmm hmm let's move here so no one sees an earthquake coming your middle tower is under attack die strukturen are fortified ich werde auf jeden Fall der den Weg abschneiden ahhh nein das hat mich gesehen shake it and take it enchant shit mist 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 ich wollte ja verdammt nochmal den Weg abschneiden aber das hat nicht funktioniert mhm so dumm was soll ich denn ach nichts rum das hat nicht funktioniert nicht mehr hm let's roll anti eminem eminem tatsächlich eminem was Yoshi die gemeldet wenn die der Wann verursacht das Erdbeben? Passiv. Ach so, wenn ich eine Fähigkeit einsetze, nehme ich mal an. Das Anti-Mage. Ah, scheiße, der kein magischer Schaden. Ah, 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 Tinker, im Ernst? Ach, muss das sein? Okay. Nur zwei Tode bisher. Hä? Das sieht noch so wenig aus. Dafür, dass es... Scheiße. Sehr gut. Gut, jetzt... Jetzt passt es eher gleich, wenn der Tür außen ist. 25 Leben noch. Scheiße. So, was macht ihr da eigentlich? Ach so, okay. Hm. Die Schuhe sind immer gut. Wunderbar. Auf jeden Fall Intelligenz. Die Rüstung... kann ich mir einschenken. So viel länger überleben ist da auch nicht. Hättest du mich das mal nehmen lassen. Proceed. Smart Money. Indeed. See, Gott. I wonder what this does. Hm. I should say so. Dammit. Radiant structures are fortified. I'm in complete agreement. Dammit. Tinkering about. Into the fray. Okay, der hat jetzt... Äh, wahrscheinlich gelitten. Oh, scheiße. Vielleicht komm ich nicht. Trent, verschwende doch deine... Holt die nicht so. Das ist echt... ...nicht cool. Ja, ist... Blau. Blau ist... Ähm... Dings. No argument. Heads up. Halt. Halt. Hazard suits me. Halt. Halt. I should say so. So, back off. Back off. Check out. Und check out. You believe me no choice? Mann. Da. Scheiße. Äh. Wirklich. Ah. Dammit. Das ist wirklich das, was ihr wolltet? Job ist Doppelkopf. Hm. Was ist die Frage? Oh. Was? Ja. A research grant. Tinkering about. Damn, Sean. Your middle tower is under attack. Okay. Okay. So, gut. Scheiße, Trent! Trent, mach irgendwas! Trent! Run, run, strong! Hm. Your top tower is under attack. Mist. Your top tower is under attack. Oh, roman, hilfreich. Flare, Twins, fly on me. Your top tower is under attack. Flare, go. Ja, mit dem. Mich ganz einfach. Wer ist das überhaupt? Trent, der ist erst einmal gestorben. Was war der denn vorher? Ah, keine Ahnung. Dieck. Da ist einer. So. Okay. Oh, scheiße. Brauche ich nicht jetzt? Okay, irgendwer ist noch stark verletzt. Oh, shit. Das ist nicht gut. Oh, Gott. Sky Hining. Mal machen. Oh, Gott. Oh. Ah, ganz. Oh, Gott. Ich muss die damit zum Laufen bringen. Scheiße. Ernst? Ich gehe. Verdammt. Sehr gut. Das heißt, ich muss... schauen. Ernst? Ja, leg den erstmal mit Bomben zu und dann... Scheiße. Scheiße. Ja. Okay, das war mal eine gute Runde. Ah, scheiße. Okay. 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 Ich push mal. Was braucht der denn? Könnte einer mal einen auf irgendwie unter... was weiß ich wie viel Prozent? Dein Top Tower ist unter attack. 75 Prozent? Na. Ich mach den Top Tower, du kannst das übernehmen, wenn du willst. Jetzt hab ich wenigstens Geschwindigkeit. So, in dem Fall... Angriffstempo. Und jedes Mal... ...richtig. Die Hallen bekommen ja von mir ab Ich erinnere mich an weniger Scheiße, sag doch was Verdammt Sag doch was Okay Das Problem ist gerade Außer Gut Wir haben nur einen verloren Geht schlimmer Da wäre einer Wo ist die Hände? Nein, wo bin ich? Scheiße, 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 Scheiße. Ich muss weg. Stimmt. Okay. Nein, 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 nein. Einer ist drin. Die Strukturen sind fortified. Ich sehe hier. Und 1-1-5-5, open your grave. Die Gegenwart hat fallen. Junge, Junge, Junge. Das lief jetzt. Ach, komm her. Oh, wir kriegen die doch nie. Nein, 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 nein. So, lassen wir die doch mal da angreifen. Und wenn es bis dato nicht... Okay. Okay, who cares? Okay. Ähm. Ist nicht die schlechteste Idee. Auf jeden Fall nicht. Okay. So, okay. So, okay. Boah, der hat es jetzt echt nicht geschafft. So, okay. 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 Oh, lauter Stress. Oh ja, komplette Wege, danke dafür, oh Gott, so cool. Komplette Wege, weggekloppt. Ist ja saukool. Sie sind zu viert vorn, ne? Ich denke, ob ich Sniper gehört, okay. Mega kill. Das. So it shall be. Okay. Uh, you are all in a mess. Oh shit. Der hat nicht starb. So it shall be. Alter, ich bin weg. Das kannst du knicken. Ich bin sowas von weg. Das ist mein. Illusion. So. Ja, ich hab sie doch noch gesehen. I. Okay. Oh shit. 2000. Die krieg ich noch zusammen. Ah. Ich glaub ist hier nicht direkt erholen. Direkt. Ah. Dammit. Ich geh. Ich geh. Ich geh. Ich geh. Ah, er ist abgehauen. Schade. Ich geh. Alles klar. Monster kill. Ich geh. Ah, ich geh. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich geh. Ich geh. Wo bin ich? Wann hat er denn? Hä? Shit wäre so falsch, okay Shit, shit Okay Wunderbar Wunderbar So, und da jetzt Alle Relativ Verletzten bin ich Weich, recht schnell Ich soll mir das mal schön bringen Mist Ich brauche so dringend 200 Ich will eben nicht Drauf gehen, das ist das Problem Aber Ich will eben 100 Ich glaube ich sollte öfter mit Platzika spielen Da oder Komm Warte, das schafft ihr Genau so musste es aussehen Ich wusste es doch Zwei Stück sind Das war bestimmt auch Ne, Wunderbar geht's gut Verrückt Verrückt Hätte ich jetzt nicht Hätte ich jetzt nicht gedacht So Zwei ist endlich Das kann ich mir noch holen Weiß ich nicht Ne Nichts so gämliches Nochmal Ich bin bereit Und ab Nein, blöder 30% Lebens Raub Wow Vielleicht kriegen wir die echt Phönix hat das Spiel verlassen Okay Das kann ich jetzt um Scheiße. Scheiße, 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 ist das jetzt der Ernst? Was? Ah, guck mal, da habe ich so eine komische Aura um mich drum herum, habe ich gar nicht gewusst. Ernsthaft habe ich die überhaupt nicht... Ich habe die ja schon gesehen, aber... Coole Sache. Ja, Last Hits machen, weil ich ja noch nie so viele habe. Ah, jetzt ist das hier noch nicht mal auf halbem Weg. Das sieht nicht aus. Oh, ein Waver ist auch nicht schlecht. Ja. Ja. So. Unsichtbarkeit. Du bist doch Unsicht... Hm. Okay. Ich will noch ein paar Last Hits... Die Kills sind mir jetzt nicht so... Oh, guck mal einer an. Hä? Ist jetzt nur noch einer übrig? Sieht ja echt so aus, als wäre nur noch einer übrig. Hm. Und wenn... Dann ist es so. Jetzt kriege ich nochmal schöne Erfahrung. Richtig cool Geld. Scheiße. Was ist da los? Was ist das? Ja. Mal wieder Godlight. Der Kerl. Er hat mir den letzten Kill geklaut, der Affe. 16, 3, 17. Jetzt würde ich mich ja selbst gern commanden, aber... Coolen Reel. Der hat ein komplettes Set gewonnen, der blöd Mann. Ach, Mann. Ärgerlich, und ich nicht. Obwohl ich so ein tolles Spiel gespielt habe. All Random Deathmatch. 16, 3, 17. Boah. Jetzt würde ich doch tatsächlich nochmal gucken. Natürlich war ich way over the head damit. Das war ja... Der war abgrundtief... Grottig? Warum? Kapier ich nicht. Plus 11, sonst ist er nicht gestorben. Ah, da hat er wahrscheinlich im All... Hä? Genau. Plus 6, der ist damit auch noch nicht gestorben im Durchschnitt. Plus 2. Auch fast so gut wie ich. Und der ist... Au! Sonst stirbt der nicht mit dem. Der hat ein Spiel gehabt mit 64 Assists. Das kann doch nicht stimmen. Ein Spiel mit 64 Assists. Da muss es ja... Wenn er an allen... Kann ja nicht an allen beteiligt gewesen sein. 64? 80? So um den Dreh müssten es bestimmt 80 Kills gewesen sein in dem ganzen Game. Der ist ja krass. Und dann... Kein Tod... Dabei. Das kann ja nicht stimmen. Hä? Was sind das denn für Statistiken vor allem? Vor allem hast du das jetzt zwei... Dreimal. Dann hast du das... Dreimal? Ne, Moment, 0. Die sind... Ach, die Werte sind ja gleich. Ah, die haben die noch nie gespielt deswegen. Ach. Jetzt habe ich es. Ich wollte schon sagen. Jetzt... Die haben von 0 plus 32, klar. Plus 1... Aber plus auch 5... Plus 5 Kills. Äh... Oder Tode. Das ergibt Sinn. Das ergibt jetzt wiederum Sinn. Nicht schlecht. Ich hoffe, die haben mich commandet. Auch wenn ich jetzt nicht nach der gefragt habe. Muss man ja nicht unbedingt. So... Äh... Ich glaube, jetzt gibt es Abendessen. Das ist genau 6 Uhr. Ah... 6.01. Darum steht es. Ähm... Ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Im nächsten Spiel. Ciao. 9. 2. 5. 5. 6. 5.